so ladies and gentlemen herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming mein name ist nils und wir spielen wieder disney dreamlight valley und im valley ist es ganz ruhig es regnet ich füttere hier die kaninchen die hasen mit frischen karotten und wir wollen uns heute einfach mal ganz zufällige ja hier entsprechende kommentare auf tik tok anschauen ja hier wird richtig tik tok ich habe zwar nicht gewusst aber auch hier werden durchaus interessante kommentare gefällt und reingeschrieben und schöne ist da kann man sich einfach mal so ein überblick geben wie ist denn die aktuelle stimmung denn das ist mir sehr wichtig dass ihr einfach mal so seht wie ist die stimmung hier was schreibt so das normale volk der einfache spieler der hier einfach ein bisschen spielen will und das schauen wir uns jetzt einfach mal an wir gehen mal rein so liebe gaming freunde wir sind also hier jetzt auf tik tok und wir sind hier auf einem beitrag gestoßen vom 15 fünften das ist jetzt zehn tage her disney dreamlight valley und wir können mal versuchen das ganze zu übersetzen man hat also hier ein kleines tik tok reingebracht über dieses dreamlight festival und das war ja auch der auslöser jetzt für die wachs die reingekommen sind genau man muss was hier kochen und so weiter und dann bekommt man hier die cupcakes die muffins und diese muffins die kann man dann ja genau das sind die belohnungen hier gewesen oder mal vielleicht kann man das hier noch mal rein tun das sind ja die kleinen popcorn eimer wo ich eigentlich am anfang gedacht habe das sind so art rucksäcke also hat das auch ausgeschaut hier so mit so kleinen riemen wo man sich das umschneiden kann und dafür sind die wahrscheinlich auch gedacht nur man hat sie so klein gemacht dass man es eben nicht verwenden kann und wir schauen jetzt einfach mal was die leute hier so geschrieben haben so schade dass das spiel immer noch abstürzt wenn ich versuche zu spielen so dass ich nicht einmal die starpath aufgaben beenden kann bei mir ist es das gleiche stürzt bei mir alle zehn minuten ab ich habe angst dass ich es nicht beenden kann also den sternen pfad und die belohnungen verpasse genau ich bin an einem punkt angelangt an dem ich es kaum laden kann nicht einmal den controller berühre und es trotzdem abstürzt ich schließe die pfade immer ab und bei diesen hier habe ich das gefühl dass ich etwas verpassen werde wenn das der fall ist werde ich gemeloft eine e mail schicken finde einen weg das wieder gut zu machen was die meisten spieler verpassen könnten ich bin darüber sehr verärgert da kommt aber hier ein lachendes gesicht müssen komisch also ich ihnen das letzte mail also ich ihnen das letzte mal eine e mail über die störungen geschickt habe sagten sie nur dass sie daran arbeiten und dass es ihnen leidtue wenn es unbequem war ich wünschte sie könnten es vor dem update patchen damit ist ja das update damit ist wahrscheinlich das update gemeint ja das mulan update 1.11 das heißt wenn wir pech haben werden wir diese ganzen fehler wenn überhaupt so schnell ich weiß ja nicht was an was es liegt erst mit dem reinkommen von mulan bekommen und das wird mindestens noch 21 tage plus 45 tage also 25 tage wird das noch dauern 47 21 das sind über drei wochen das wäre natürlich unangenehm ist wenn ich schön das wäre nicht schön das habe ich auch bekommen aber ich schicke einfach immer das gleiche das verstehe ich nicht ich weiß nicht es fühlt sich nicht fair an und wir können nichts tun ja das ist ja dass diese und für diese dieses gefühl der unmacht meine quests werden nicht angezeigt die charaktere sagen mir was ich tun soll und dann startet der quest nicht wirklich ein endloser kreislauf passiert das auch anderen leuten es ist schon tage her speziell für die disney park festival quests mein ganzes spiel ist ein einziges fest von fehlern seit sie dieses event gestartet haben leider schreiben die meisten nicht hin auf was sie spielen ob das jetzt die switch ist das würde mich echt mal interessieren ich denke das ist das bisher fehlerhafteste update abgesehen von eternity isle also bei mir war es ja so ich bin ja auf dem entsprechenden pc einspieler und ich hatte jetzt bei eternity isle also der insel der ewigkeit relativ wenig schwierigkeiten oder fehler es ist schlimm ich habe die insel noch nicht weil ich weil ich es einfach nicht übers herz bringe dafür zu bezahlen naja komm welche 30 euro du nicht so rum das waren das also die 30 euro das brauchen wir nicht drüber reden das ist so cool gewesen und so viel mehrwert gewesen aber das ist ja nicht das problem das problem ist ja dass eben sagen wir mal mit dem dlc insel der ewigkeit eben ja die fehlerquote von monat zu monat zugenommen hat ich bin ratlos wie ich die knöpfe einsammeln sollte schließe die neuen quests ab ich habe gerade scrooge gemacht und ein paar knöpfe bekommen genau das war der wöchentliche quest dazu toll da hat man glaube ich 40 oder 50 von diesen knöpfen bekommen okay was meinst du mit neuen quests naja die quests die man halt bekommen haben die neuen finde überall in allen biomen rote knöpfe die auf dem boden glitzern dann sollte es ein update geben und du wirst aufgefordert mit dagobert und anderen zu sprechen um neue quests zu halten schließe diese ab okay genau das ist wirklich ich habe noch immer keine knöpfe am boden gefunden und ich habe jeden tag gespielt komisch verstehe ich ja nicht wann war das am 15 5 vor zehn tagen sie wurden mir heute morgen einfach angezeigt ich habe mich heute morgen angemeldet und habe eine menge neuer anfragen okay es ist heute erst live gegangen das beste geld das ich hier ausgegeben haben habe ich leide unter schlimmen ängsten und dieses spiel hat mir sehr dabei geholfen in meine eigene kleine welt zu flüchten das ist cool da hat sogar das ist nicht wie man die geantwortet wir freuen uns über ihr feedback und fühlen uns geehrt ihnen ein angenehmes erlebnis zu bieten winnie the pooh artikel ja das war cool das beste update aller zeiten und jetzt gibt es mir blutow wir haben es aufgeschrieben das ist ja witzig okay spiel nicht mit mir ich brauche blutow bringen sie sally für jack das ist schöne idee ja wird wahrscheinlich kommen wird wahrscheinlich kommen ein jack ist doch ziemlich beliebt da kann man sagen was man will so dann steht hier disney dreamlight valley ich habe den süßen samarita bereits abgeschlossen und habe nur 90 grüne knöpfe wie kann ich mehr grüne knöpfe bekommen indem du tägliche aufgaben mit moana wally mickey ursula und dagobert erledigt sie werden dich bitten fünf cupcakes zu backen also muffins und sie an andere dorfbewohner zu verteilen das stimmt weiß jemand wie man gelbe knöpfe bekommt fordern sie also beim nächsten oder übernächsten update an wenn sie in scrooge store einkaufen ob sie sie bereits besitzen es würde schön wenn dort steht sie haben diesen artikel bevor ich einen weiteren kaufe ja das ist es mit dem punkt dass man oft nicht weiß hat man jetzt den artikel schon oder hat man ihn nicht da hat man ja dann diese punkte eingeführt dass da ein roter punkt steht wenn es heißt du hast ihn noch nicht oder wenn eben ein grüner punkt da stehen wenn es heißt du hast ihn schon aber wenn man bei dagobert einkauft hat man manchmal das gefühl dass das system nicht richtig ist denn ich habe das gefühl dass mir oft angezeigt wird bei dagobert diesen artikel hast du noch nicht und ich bin mir sicher dass ich den schon habe vor sechs tagen mein spiel stürzt ständig ab und ich verliere meine fortschritte bei meiner suche es ist schwer das update zu genießen und ich kann das tal meiner freunde nicht besuchen sternenpfad zu teuer na das sternenpfad ist nicht zu teuer man zahlt zwar 4000 mondsteine ein aber durch den sternenpfad bekommt man ja ich glaube 3600 wieder zurück man bekommt ja immer wieder mondsteine zurück und dadurch kostet der gesamte sternenpfad nur so um die 400 mondsteine und man bekommt für diese 400 mondsteine so viel an belohnungen dass das das beste ist was man machen kann natürlich muss man dafür arbeiten das ist ganz klar man muss dafür arbeiten aber dafür bekommt man auch was mit wie vielen blumen und münzen ich brauche um einen eimer zu machen ich bin fast bei einem eimer nur eine idee geben sie den dorfbewohnern aufgaben zum beispiel das entfernen aller spawn gegenstände das verstehe ich nicht vor drei tagen alles kostet immer noch viel zu viel mondsteine ich meine das ist mittlerweile schon ja außerdem friert mein spiel ständig ein seit ihr dieses event veröffentlicht habt neben unzähligen anderen fehlern vor vier tagen okay ja also das mit den preisen ist allgemein meiner meinung nach aus sehr sehr teuer man kann zwar einen teil der mondsteine durchaus wieder bekommen über die dream snaps aber es ist wirklich so wenn man viel kauft dann ja bleibt da nichts anderes übrig wie da nochmal zusätzlich geld reinzustecken und wenn man das mal umrechnet was so ein haus in euro kostet dann wird es dann manchmal richtig schwindelig schade dass ich mein spiel immer noch nicht laden kann das hotfix hat nichts behoben vor vier tagen leider schreiben die leute nicht rein auf was sie spielen also auf der switch oder auf dem pc oder wo auch immer ps4 ps5 das würde mich mal interessieren habe den sternenpfad aus versehen gekauft wünschte es gäbe noch eine benachrichtigung die dich fragt ob du ihn wirklich kaufen möchtest ja ja das wäre eine selbstverständlichkeit dass das einfach erscheint dass die leute noch mal oder der käufer oder der spieler noch mal überprüfen kann will ich es wirklich kaufen für welche plattformen ist dieses spiel gedacht für sehr sehr viele da das spiel kostenpflichtig ist könnte es gut funktionieren es schließt sich wann immer es lust dazu hat und außerdem muss ich die cupcake mission zweimal wiederholen okay es schließt sich wann immer es lust hat ich kann das ereignis nicht einmal wegen der sich wiederholenden pflanzungen erleben pflanzungen wie bekomme ich gelbe ich bin froh dieses update endlich zu bekommen ihr werdet nicht glauben was ich beim herunterladen durchgemacht habe okay die hatte probleme beim herunterladen schade dass sie nicht hinschreiben mit was sie spielen ich habe zehn cupcakes gemacht und keinen registriert dann hat sie wahrscheinlich die falschen gemacht die quest konnte ich nicht abschließen das ist schade es tut mir leid schauen wir mal was die schreiben gibst du die cupcakes an verschiedenen dorfbewohnern und nicht immer wieder an dieselbe person richtig 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 das stimmt natürlich auch wenn du die cupcakes oder die muffins gekocht hast ist ja der quest noch nicht beendet du musst sie ja noch verteilen jeweils an einen anderen dorfbewohner keine bestätigung von charakter nach abschluss ich habe keinen beitrag zu diesem problem gesehen nur dass die leute die cupcakes nicht draußen sondern drinnen backen müssen ja richtig das habe ich total vergessen es gibt ja momentan ein bug man soll immer nur drinnen kochen weil sonst eventuell der bildschirm einfrieren kann schwarz wird und dann kann man nicht mehr weiterspielen dann muss man neu starten es wird jetzt verfolgt ich habe es neu geladen vorher wurde es nicht als quest angezeigt obwohl ich erneut mit den dorfbewohnern gesprochen habe ja gab ja auch den tipp dass man dann immer wieder von vorne hat das spiel also nochmal neu startet aber das kann ja auch nicht immer so weitergehen so enttäuschend dass die popcorn eimer nicht als taschen getragen werden können wie man es in den parks gemacht hat stimmt ja habe ich nämlich am anfang auch gedacht dass das taschen sind aber ja kann man nichts machen dasselbe wissen sie ob es einfach ist an den popcorn eimern mit den figment figuren zu kommen ich bin noch nicht dazu gekommen es ist schon es ist nicht schwer natürlich ist es nicht schwer aber man muss schon ein bisschen dafür arbeiten man muss viel fischen und auf dem boden jagen um die knöpfe zu finden und sie herzustellen und man kann nur einen eimer pro tag bekommen weil die grünen knöpfe die man braucht von neuen täglichen aufgaben bekommen ok oh bin froh dass ich es dann nicht kaufen muss ich will sie will nur diesen kleinen drachen herzchen es ist unerträglich wie oft das spiel abstürzt bitte fügt den charakter den bestehenden charakteren weitere quests und neue charaktere mit neuen quests hinzu bitte fügt den bestehenden charakteren ja den alten charakteren wie goofy zum beispiel weitere quests und neue charaktere mit neuen quests hinzu ja cool es ist so viel los und die leute beschweren sich immer noch dass es nicht genug zu tun gibt habe ich schon lange nicht mehr gelesen dass das jemand geschrieben hat weil wir schon alles erledigt haben wir warten nur darauf dass sie mehr inhalte hinzufügen wie kann man nur so schnell sein das ist unglaublich das erste event an dem ich nicht teilnehme ist dass ich nicht so viel nach popcorn eimern fische ich hasse angeln warum immer angeln naja repariere dein spiel die kosten für häuser cafés und so weiter sind absurd hoch also die entsprechenden gegenstände aus dem premium laden 4000 bis 5000 monsteine kann man nicht billig nennen das sind etwa 19 pfund ja also es ist extrem teuer der quest die quest eine eisige einladung funktioniert nicht kann mir jemand helfen es ist kein brief für älter zu finden ist das ein fehler weiß ich nicht das ist ein älterer quest ich konnte meine partnerstatue von mickey und walt disney seit sechs tagen nicht finden bitte helfen sie mir dass ich einen anfrage da ich eine anfrage gesendet habe aber noch keine antwort erhalten habe ok vielleicht sollten wir zuerst die abstürze beheben damit wir uns wirklich darüber freuen können update anforderungen zum kochen sehr ärgerlich wenn man zum beispiel zehn cupcakes machen muss und immer nur einen auf einmal macht ja 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 das haben sie nicht gemacht dass man zum beispiel einfach ich meine sagt ja stellen wir einfach zehn cupcakes her man kann das ja über die kocher machen vielleicht hat sie die kocher noch nicht aber ganz ehrlich das waren jetzt fünf quests von den fünf charakteren dass man jeweils fünf cupcakes also muffins herstellen soll und die 25 stück sind schnell hergestellt das sind zwei drei minuten dann ist das erledigt kann immer noch nicht spielen vor vier tagen immer noch keine antwort per ticket aus den sozialen medien ich bin in allen melde meine probleme per e mail tolle idee schreckliche spielentwickler warnung für neue kunden ja was soll man sagen haben ich ich mache ich weiß nicht ich glaube sogar dass neue kunden kunden die neue disney team light valley kaufen dass die die probleme am anfang gar nicht mitkriegen ich bin mir nicht sicher ob diejenigen die neue anfangen jetzt auch schon probleme haben werden oder ob das erst dann mit der insel der ewigkeit diese probleme hier auftauchen das weiß ich nicht so das seht ihr mal das war jetzt ein kleiner post hier 84 kommentare und einige waren durchaus so dass man sagen kann ja momentan ist viel los in disney team light valley zum thema bugs und mehr und ja wir gucken mal ist denn das hier der neueste quest gewesen der neueste ja das war tatsächlich der neueste beitrag 29.000 was heißt denn k 1000 was heißt den kilobyte da steht wieder 1000 komisch okay so ladies and gentlemen jetzt wird's neblig so ladies and gentlemen jetzt habe ich euch mal einen kleinen einblick gegeben hier in die stimmung was hier so abgeht also manche können tatsächlich nicht spielen ein großer teil ich weiß nicht woher der spruch kommt ich bin nicht dumm muss aber irgendeine bedeutung haben weil diese sprüche kommen immer irgendwie aus filmen und so ja ladies and gentlemen man sieht halt ähm momentan gibt's ein bisschen quests das heißt nicht dass wir nicht spaß haben am spiel das spielen kann man ja machen aber es wird zeit dass hier gameloft einfach die probleme löst und nicht einfach nur am nächsten update bastelt dann sollen sie das update einfach mal um vier wochen verschieben und sollen sich erst mal um die probleme kümmern denn das zieht sich ja dann immer weiter hin und das kann ja auch nicht gut sein so ladies and gentlemen das war's ich bedanke mich wünsche ich euch einen schönen tag und dann lasst ein like und ein abo da schreibt einen kommentar für den algorithmus und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag danke fürs zuschauen tschüss tschüss tschüss